Ich kann nur eins sagen, bei der Familie Liebergnecht stehen die Türen offen für jeden Flüchtling grundsätzlich, da jemanden, wenn er Hilfe braucht, aufzunehmen. Und das haben wir als Familie Liebergnecht, ist es bei uns ganz klar, wenn wir aktiv sein können, wenn wir irgendwas machen können, dann ist es das Mindeste, was wir tun können, zu sagen, okay, nehmen andere Hilfe, ob das monetär ist, eben Leute aufzunehmen. Und da sind wir uns im Haus Liebergnecht klar, dass da die Türen offen stehen. Und ja, das ist jetzt unser Beitrag dazu. Ihr würdet definitiv bei euch Flüchtlinge aufnehmen in der Familie, bei deiner Familie? Definitiv, das steht außer Frage bei uns.